Oh nein, das war ja mit der Musik, aah. Das hab ich ganz vergessen. Kann man das? Ey, ey, ey. Chris, warst du hier auf der Map schonmal? Ja. Du steuerst das auch grad an? Dann hat er dich doch voll fertig gemacht. Das sah jetzt ja rum wie die Musik aus. Ne, das war das nicht. Ne, die geht automatisch aus. Konnte man aber auch, glaub ich, ausmachen. Hey, Traitor. Oh, fuck. Wer ist denn? Ich glaub, es ist Christoph. Was? Hä? Was denn? Ich stand auf dem Brunnen drauf, hab gesagt, hey Traitor und dann Slime. Loll. Oh, Aua. Hättet ihr bei sein können. Ich hab halt noch nicht mal ne Waffe gesehen bisher, ne? Der Brunnen hier? Oh, Loll. Es ruckelt erstmal. Also ich hab irgendwie so ne Verdächtigung auf Christoph. Der war eher in der Nähe von Jordan. Ich such halt immer nochmal was brauchbares. Ah, guck an, was brauchbares. Ist die Musik grad in der Map oder hab ich die im Stream? Was? Äh. Stream? Ah, dann ist die im Stream. Musik. Wow. Oh, guten Tag. Ne, Paul ist jetzt. Ja. Gut gemacht. Ich hab mich erinnert, dass du bist durch das andere Portal gegangen. Ja. Ne, ich bin durch das ganz normale Portal da hoch. Was? Hä? Hä? Also aus Chris' Sicht sah das halt wirklich so aus. Ja. Muss ich für seine Verteidigung sagen. Das ist jetzt die dritte Traitor-Runde in Folge, wo ich einfach nur so sterbe, ohne irgendwas gemacht zu haben. Ja. Ah, ähm, Brunz? Ja, ich mein, ohne irgendeinen Geweis, dass ich was gemacht hätte. Da war Chris aber auch schon, äh, am Struggle. Ja, ich war wirklich. Hauptverdächtiger. Weil du warst näher dran. Komm, ich hab ja noch gesagt sogar, ich glaub es ist Christoph. Aber, vor allen Dingen, vor allen Dingen, ähm, kam, äh, da ist gerade jemand gestorben. Ist er? Auf einer ganz komischen Art. Ich hab einfach gerade das TNT angebaut, ich hoffe da ist gerade keiner gestorben. Nö, ich bin ja auf dem Turm und plötzlich fliegt einer von oben runter. Warte, was? Ich hab auch noch was gehört, aber. Hä? Also, ich würde gerne mal wissen, was gerade passiert ist, Benedett. Ja. So, da hat er von oben runter geflogen, wahrscheinlich. Äh, nein, nein, ich, 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 nein. Ich bleib hier. Ja? Ja, okay. Hä, was ist denn los? Ich bin jetzt auch gerade noch mal beim Turm gewesen, aber da ist nichts. Hm. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Das ist doch komisch, aber, äh, ei. Ey! Felix, denke ich mal. Ah. Ah! Ah! Oh Mann ey! Das ist ein Rassi! Ich geh heute ehrlich noch näher zum Fahrrad! Ja. Oh Alter ey! Also mehr als das kann ich dir nicht sagen Chris, ich hab keine Ahnung was. Ich bin mit nem Boomerang aus deinem Meer geschleucht. Nein! Ah! Ah, ok. Ich guck aufs Handy, guck auf die Zeit. Nein bitte nicht! Ok, noch so eine Sekunde bis es los geht. Gerade noch! Wenn der älter schon beim Boomerang aus dem Meer geschleucht hat. Ja genau. Bitte nicht. Minecraft! Wo war nochmal hier der Typ? Ach der war mit dem Dingo bei dir. Schade, ich hab gehofft, dass das Feuer im Kamin man auch wegschleudern kann. Felix noch da? ich hab zwar eine mac 10 aber das bezeichne ich jetzt nicht als sache ich habe halt original niemand gesehen einfach die beste das der beste moment ich habe original niemanden gesehen also aus christophs sicht sah das richtig schön aus voll spaßige runden in letzter zeit ich kann nicht so viel machen irgendwie und ja wenn ich bin wenn ich direkt weggemacht und wenn ich innocent bin wenn ich direkt weggemacht ich hab so bock christoph ich hab so bock ich habe das gleiche gerade bei jordan die verlockung ist aber da war aber ich wollte schon wieder so schnell umbringen ich wäre es ja gewohnt gewesen du hast aber die sniper genommen die wollte ich haben ich habe mich gerade ein bisschen gewundert weil ich schütze gehört habe und dann habe ich aber überlegt weil du eine rifle in der hand hat ist also warst du das nicht ja ich habe ich habe oben vom oben oben geschossen was da ist christoph da hinten flog was dahin ja wieso läuft da musik jetzt plötzlich hier läuft keine musik bei mir läuft musik wenn du hier bist vielleicht ein ok wieso hat bei mir musik ich glaube es ist felix denn von jordan kam ein f aber ich denke mal es kann auch aber noch felix heißen dass du es nicht warst aber wo ist er auf dem turm oben bist du schon tot nein er ist nicht auf dem turm ja wenn er nicht mehr da ist dann ist er so anders aber er weiter ja zum beispiel ja ich habe ja auch schon wieder ich dachte mir so nee warum bist du so dumm und guckst ja überhaupt drunter beziehungsweise dreht ihn den rücken zu und habe ich mich gerade noch umgedreht und habe das rote ding auf mich zu fliegen sehen rot weiß da konnte es mir noch ein f entlocken bei mir nicht wahrscheinlich wegen der verzögerung bei der übertragung aber noch alle ich schätze mal chris ist tot schätze mal auch und er hat den sniper und felix war oben auf dem turm warum sind hier schüsse ich sehe eine leiche felix sind da an schüsse also fall aber das was mir jetzt stutzig macht in dem moment habe ich nämlich auch schüsse gehört glaube nicht von uns ja ich habe chris noch schossen in der luft ne ja schon früher trug glaube ich also ich habe ich habe zwei drei schüsse gehört und dann hat er auch sehr während während das auch ich bin mir gerade nicht mehr sicher das hätte tut aber auch irgendwie auf dauer weh wo gibt es denn hier an die waffen ich weiß es aber nicht ganz genau ich habe bisher zwei maschinengewehre gesehen es ist nicht viel besser okay jordan ist es falls noch niemand lebt halte ich zwar für ein gerücht aber wenn du meinst ja ich brenne halt auch noch eh also hat felix mich getötet ich habe die ganze zeit hinter dir du hoffst nach so viel fange voll ist gerade ich das video so hängt nee hehehe ah fun und interactive alter das mit dem shatm ist wirklich asozial aber ich bin da hinterher in den turm reingegangen und bin einfach gestorben keine ahnung was es war einfach gestorben ja ja da habe ich auch gewonnen ich dachte mir so weit habe ich hoffe dass ich habe doch das felix wirst in welchen turm felix in den turm oh hier ist schon wieder jemand tot was schon was immer vorsichtig und zieh die leiche raus fall ja blut ja es ist es ist christoph definitiv christoph du Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin auf dem Turm Scheiß Ich bin auf dem Turm Ich bin auf dem Turm Ich bin auf dem Turm Ich habe jetzt schon gedacht, dass Chris auch noch an die Wand läuft Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Was für eine Wand? Und wer ist da von euch einfach so gestorben? Beide! Was? Im Turm, ja Wenn du da nur die Wand zerrückt hast, bist du einfach umgekippt Hm, ich dachte, ich hätte einen mit dem Friendship erwischt Tschüss. S mightierab Ciao! Vielen Dank.